Nee, sag mal. Lass mich, lass den, darf ich mal Vigil haben? Ich würde ihm ein Skink zeigen. Nein. Ach man, Alter, da will man doch nur EIN einziges Mal wissen. Jetzt nimmt er ihn nicht. Nice, Digger. Du hast den Hacker. Jetzt hat er seine Hacks ausgemacht. Nee, der hat sogar instant, als ich markiert wurde, herumgespinnt, ne? Ja. Beziehungsweise, als ich durch die Tür geschaut habe, ging es innen. Die kommen vom Howell. Der Capkan hat meine Dingern zerstört. Ja, Digger. Der Capkan spielt auch nicht. Er weiß, logischerweise, natürlich, so vor und wo ich bin. Das ist dir ein Ding, Tobi. Da war der Mitchell, hast du gesehen, Tobi? Nein. Der ist rein. Der ist links. Nice. Das war die Twitch. Ich will einfach meinen Ausmerker. Oder? Ich will einfach meinen Ausmerker. Kevvin. Ja. Heißt. Hat manchmal nach dem Ausmerk, oder? Oder? Unten ist keiner. Schnauze. Konzentrating. In derael. Was? Sind ja alle da. Geh ja los, der so. Oder ne? Fuck, er ist. Ich hab's drauf. Recht. Liegt einer, locker. Nice, yellow. Nein. Wie, Digga. Der hat aber auch ganz schön geschlupft, Digga. Was zum Teufel. Digga, dann dachte ich mir auch nur so. Fisch hier den Kodex, den Alexi. Frost, die facken Scheiße. Hallo. WTF? Nein. Wisst ihr warum, Lexi? Wie Lexi heißt? Was? Wisst ihr warum, Lexi? Was das zu bedeuten hat? Nee. Lexi, du Gott. Das ist ein deutscher Porno. Nice, Digga. Hallo, Minio. Kannst du das Video? Ja, ich stimme nicht. Erstmal kurz hingehen. Doppelturn ist kacke. Oh, wir sind alle verlassen. Oh, wir sind alle verlassen. Direkt quittet alle. Da merkt man, wer keinen Bock auf uns hat. Echt geiles Avatar-Bild. Ja. Wie willst du dich dann nennen? Watermelon, Punkt und dann Main mit Y. Okay. Nice. Hallo, Guys. Hey, Dummy. We want some Knuddle. Hallo. Kannst du sprechen? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie können sprechen. Sprech doch, du Hörnsohn. Oh, mach dein Maul aus hier. Hey. Hello. Please speak with me. I need to jump. Drohn mal. Ah, drohn. Das ist was für ein Loschen. Einfach rein. Du hast dir einen kurzen Fleck gegeben, sagst du. Ja. Ich hab in die Ecke geschaut. Komm her. Du musst mich jetzt abheben, ja? Okay. Da ist einer. Ach, wirklich? Der hat mich einfach gewarbanked. Ich hab nen Puls. Ich bin... Ich komm hier nicht weg, ne? Oh mein Gott. Ich bin Hacker. Ich bin einfach ein Hacker. Ich weiß nicht, du Gott. An deiner Stelle wär ich auch rausgegangen, Mate. Alter, das ist doch klappt. Du hast Angst vor dem Puls, Dagger. Ja. Er denkt, warum auch immer, dass wir im Kamin sind. Der ist da ja in Gang. Auf den Stairs jetzt, glaub ich. Was? Er hat noch 5 HP. Ach, Mann, Alter. Kali... Sniper müssen wir auch fixen. Pass auf das... Äh, genau. Ich dachte, der wär über mir, Dagger. Ich hab den die ganze Zeit über mir gehört. Also die Sounds sind so schmutz in dem Spiel, Alter. Ich hab ihn voll in den Bauch geschossen, ne? Digga, sein Darm ist einfach geplatzt. Und da steht da immer noch so... Ich bin Puls. Und du hast nicht getroffen. Ich kann auch ohne Barm leben. Jo, kannst du jetzt sprechen? Huch! Wenn ich mit dem fertig bin... Ja, dann lass Puls, Dagger. Also wenn die Mäze rein, lass es gewinnen, weil sonst... Wenn wir schon... Wenn wir schon... Showing machen. Vielleicht kannst du... Einfach hier hinlegen. Komm her. Schaut aus, als wäre das aus Maragd gemacht. Ja, einfach hier hinlegen. Okay, sehr. Ah Mann, hier hätt ich mein Haus des Geldes anziehen müssen, Alter. Ja, dann hätt ich... Mit dem Rot perfekt gepasst. Die Kamuflaasch. Digga. Ich seh das grad an meinem Kopf. Frost, what are you doing there? Wow. Das war seine Mission jetzt? Okay, komm, wir müssen uns jetzt... Ah, da können wir... Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, mit, komm mit. Alles gleiche. Run, boy, run. Run, boy, run. Run, boy, run. Wow. Scheiss Hacker du. Kleiner Hurensohn. Was hackst du? Ja komm, komm ruhig. Ich, ich, endlich auf... Alter. Auf einmal werd ich einfach... Ey. Hat der dich einfach geworbenkt? Ja. Moin Digga. Scheiss Hurensohn. Was? Ich versuche es nicht! Nein, ich versuche es nicht! Aber ich liebe Amorettos! In Deutschland würde ich sagen... Bore-Maschine! 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 Ja, diese Bore-Maschine ist wirklich schön! Ja, diese Bore-Maschine. Können Sie sagen? Warmachine Und wie würde sie sagen? Woher you from mate... Genere Dan fo Be curve so? Ich liebe ihr accent, No homo btw Ah, kommt der Sonne, ah! Warte, wie spät ist es? 23.17 Uhr Sag das mal, keinen Bock jetzt Englisch zu reden Es ist 23.17 Uhr He is, he is alien, sorry for him Just a normal idiot Nothing special It´s ok, wir müssen uns irgendwo in den Innenraum hinlegen Obkürztier hat sich zugemacht Jetzt noch gar nicht versteck dir! What is this? Come inside, come inside We have to hide inside Just like hide and seek Auf zu schießen jetzt! Wir sollen davon zerstecken, du Wichser Geh, 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 geh einmal best mal da hinten hin Geh dich da hinten verstecken Dass jeder an einer anderen Enke ist Oder geh da Ich hab zwar nicht gepinkt, aber gut Ich hab hier hinten gep... Warte Da Ja Egal, bleib jetzt einfach liegen We got this voice Muss ich hier liegen bleiben, wenn Motty auch vor mich steht? Ja, ja, ja Ich hätte ihn töten können Cap, what are you doing? Psss Er hat mich nicht gesehen! Er sieht mich Mach, 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 mach mal Sound Dass er nur auf dich fixiert ist Mach mal Sound Er, er, er darf mich nicht sehen Wuhu! Kick Geh weg Er darf dich nicht neifeln Steh auf, steh auf, steh auf Lenk ihn zu mir Versuch ihn zu mir zu lenken Geh, geh, geh rechts in die Ecke Geh hinten rechts in die Ecke Ich glaub er hat mich gesehen Hehehe Er sei so, dass ich hier bin Hä? Hä? Ich hab mich geknifed! Did you see that? I knife them But he can't knife me What the fuck? Monty is OP Hey, hepp mich einfach auf Hepp mich einfach auf Komm zu mir, hepp mich auf Hepp mich einfach auf Hepp mich einfach auf Warte, warte, warte Jetzt hepp mich auf Jetzt hepp mich auf Jetzt hepp mich einfach auf Komm, komm, komm Mach einfach, mach einfach Nein Hehehe Nice Big moves That's too Yeah, I don't know Was ist denn mit dir? Glaubt ihr hier liegt noch einer? Glaubt ihr hier liegt noch einer? Hehehe 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 What was this? Hehehe 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 So, komm wir machen das gleiche nochmal Das war mit Mira Nimm du auch irgendwas, was du vor dich packen kannst Go-Yo oder sowas Oder, oder Clash Nimm Clash und dann stellst du dich einfach rückwärts ins Eck rein Ich hab Clash nicht Dann nimm du Mira, dann nimm du Mira Ich hab auch keinen Mira Hehehe 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 Okay, dann nimm Go-Yo Wir machen das Hehehe Bleib jetzt hier so die ganze Zeit rollen Die ganze Runde stehen Hehehe 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 Guys, guys The Master is speaking to us Come here Come, come to me Yeah Welcome My bra- brother Just sit down here We have to Yeah We have to watch what you want Just come here On Take a seat Yes, take a seat I want to have your Snapchat names Hehehe Just tell us, Master, what you want Yes Yes What would you want, you want Yes Come here, there's another game Nice How long is your dick? 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 Mine is 2 inches 6 feet? What the fuck? That's fucking long, boy Very good Mine is only 2 inches That's That's really Yeah Not big Hehehe Hehehe And now, my brothers Let's go and have some fun Ey, sieht man mich hier? Nicht umbringen Soll ich einfach stehen Ähm Ähm Hä? Als ob Als ob Ying die ganze Zeit hinter mir stand Guck mal guck Guck mal guck Ja Hahahaha Noooooooi Ahaha Life Ja, ich hab ihn noch gekickt Ich hab ihn noch gefickt